Guten Morgen! An diesem Video sprechen wir über öffentliche Unterstützung, die ihr Betrieb kann, wenn sie den Coronavirus kriegen. Denn Lötzebäuer Staat bietet verschiedene Lösungen für Firmen, die ihr Schwierigkeiten, wenn sie dem Coronavirus sprechen. Die Lösungen sind mit der EU-Kommission aufgeschwärt, mit einem geschätzten Budget von 300 Millionen Euro. Die Lösungen sind für alle Betriebe, und auch für Independenten und Freiberufler. Wer darf die Lösungen im Ausbruch wählen? Das sind alle Firmen, die eine kommerzielle, industrielle oder handwerkliche Aktivität betreiben und eine Autorisation des Publikums. Das sind auch Freiberufler, die den Führungsausbruch vom Virus als Independentbeschafften, also z.B. Dokterinnen, Zendokterinnen, Kinien, Afrikauten, Architekten und Journalisten. Worum es geht? Die betroffen Betriebe kreieren vom Staat ein Teil, und zwar 50% von ihrer Funktionementskächten avancen hat. Die Avance können Sie benutzen, für z.B. Salaren und Läuern weiter zu bezüllen. Dabei muss Sie wissen, dass die Avance begrenzt ist, und zwar bei der Salaren, auf 2,5 Mal der Mindestlohn pro Person, und bei der Läuern, auf 10.000 Euro pro Woche. Die Avance ist insgesamt auf 500.000 Euro pro Firma begrenzt, und muss zu einem späteren Zeitpunkt zurückbezogen werden. Wie kreieren die Betroffenen die Hilfe? Der Betrieb, oder sein Fiducier, muss eine Demand über den Gisheepunkt der Läuern machen. Die Demand muss bis den 15. August der Stil der Bahn sein. Da gibt es ein Reihe Pießen, die müssen am Dossier dabei sein. Der Name vom Betrieb ist ein Beweis, dass der Betrieb temporär finanzielle Schwierigkeiten hat, und dass die Schwierigkeiten, ob das Coronavirus zurückzuführen sind. Eine Kopie von dem letzten Bilanz oder sonst pertinente Finanzdokumenten, z.B. eine Kontabilität oder der letzten Steuererklärung. Der Montag von den betroffenen Salaires, Am- oder Läuerskästen. In Relevé d'identité bancaire. Eine Deklaration, dass der Betraffende nicht für Schwierigkeiten condamniert gehen hat. Der Montag von den vereinfacht erklärt, weil die finanziellen Schwierigkeiten, ob das Virus zurückzuführen sind, z.B. wenn Umsatz zurückgegangen ist, oder Liquiditätsprobleme aufgetaucht sind, an denen expliziert, wie der Betrieb, die temporär Probleme kann, durch die Steuerzahle von Hörner zu schlossen. Aufgepasst, wird die Sanktionen, von den Betroffenen bewusst falsch oder unkomplette Informationen liefern. Wir helfen unsere Klienten selbstverständlich gerne bei der Demand oder den engen oder ernten Punkt davon, wie z.B. die Planteradresse. von derhowerischen Betroffenen aufgeschlossen.